In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Teilchenmodell der Materie, welches sich die Materie aus einzelnen Teilchen aufgebaut vorstellt wie Atome oder Moleküle. Wir werden uns auch die verschiedenen Phasenübergänge genauer ansehen, die sich mit dem Teilchenmodell erklären lassen. Alle Stoffe wie Metalle, Holz oder Plastik bestehen aus einzelnen Atomen oder ganzen Atomgruppen, auch Moleküle genannt. Im Allgemeinen bezeichnet man solche atomare Einheiten auch als Teilchen. So wird zum Beispiel nicht nur ein einzelnes Sauerstoffatom als Teilchen bezeichnet, sondern auch molekularer Wasserstoff, welcher sich aus insgesamt zwei Wasserstoffatomen zusammensetzt. Auch größere Moleküle wie das Wassermolekül wird im Teilchenmodell als ein einziges Teilchen betrachtet, welches sich wiederum aus einzelnen Teilchen zusammensetzt, nämlich aus zwei Wasserstoffteilchen und einem Sauerstoffteilchen. Diese Vorstellung von der Struktur der Materie, die aus Teilchen besteht, wird als Teilchenmodell bezeichnet. Mithilfe des Teilchenmodells kann anschaulich erklärt werden, weshalb sich ein Stoff je nach Temperatur unterschiedlich verhält bzw. sich seine atomare Struktur ändert. Je nachdem wie stark oder schwach die Bindungskräfte zwischen den einzelnen Teilchen eines Stoffes sind, ergeben sich auf atomarer Ebene klassischerweise drei unterschiedliche atomare Strukturen, die sogenannten Aggregatzustände. Hierzu zählen der feste, der flüssige und der gasförmige Aggregatzustand. Im Folgenden betrachten wir diese verschiedenen Aggregatzustände näher. In Feststoffen sind die Teilchen eines Stoffes aufgrund der großen Bindungskräfte an einen bestimmten Ort gebunden. Die Teilchen können je nach Temperatur zwar mehr oder weniger stark schwingen, behalten aber prinzipiell ihre Position innerhalb des Stoffes bei. Würde man die einzelnen Teilchen zum Beispiel in Gedanken nummerieren, so wäre die Nummerierung auch nach einiger Zeit noch dieselbe, da die Teilchen sich nicht frei bewegen können. Die zwischen den einzelnen Molekülen oder Atomen wirkenden Bindungskräfte bezeichnet man auch als intermolekulare bzw. interatomare Bindungskräfte, symbolisiert durch die Stäbe zwischen den Teilchen in der Abbildung. Diese starken interatomaren Bindungskräfte sorgen in Feststoffen letztlich dafür, dass der Stoff, auch unter Einwirkung moderater äußerer Kräfte, seine Form beibehält und nicht ohne weiteres auseinanderfällt. In Flüssigkeiten hingegen wirken im Vergleich zu Feststoffen geringere intermolekulare Bindungskräfte, sodass die Teilchen nicht mehr an einen festen Platz gebunden sind. Die Teilchen können sich innerhalb der schwach wirkenden Bindungskräfte frei bewegen und ihren Ort wechseln. Würde man die Teilchen in Gedanken nummerieren, so wäre bereits nach kurzer Zeit diese Nummerierung durcheinander. Die schwachen Bindungskräfte sind auch der Grund, weshalb Flüssigkeiten keine feste Form besitzen. Bereits durch die eigene Schwerkraft der Teilchen können die intermolekularen Bindungskräfte nicht mehr die Form des Stoffes aufrechterhalten, der Stoff zerfließt. In Gasen sind die intermolekularen Kräfte nochmals deutlich geringer als in Flüssigkeiten. Die einzelnen Teilchen verspüren untereinander also fast keine Bindungskräfte mehr. Sie können sich deshalb, anders als in Flüssigkeiten, frei im Raum verteilen. Dies ist auch der Grund, weshalb sich ausströmendes Gas einer Gasflasche rasch im ganzen Raum verteilt. In einer idealisierten Modellvorstellung von Gasen wird sogar davon ausgegangen, dass die Teilchen keinerlei Bindungskräfte untereinander ausüben und als Massepunkte anzunehmen sind, das heißt sie werden als Teilchen ohne räumliche Ausdehnung betrachtet. Eine weitere Annahme ist, dass zwischen den Teilchen selbst oder zwischen Teilchen und Gefäßwand nur ideal elastische Stöße auftreten. Mithilfe dieser idealisierten Vorstellung eines sogenannten idealen Gases lassen sich viele thermodynamische Prozesse von realen Gasen in sehr guter Näherung beschreiben. Je nach Änderung des Aggregatzustandes eines Stoffes von fest zu flüssig, von flüssig zu gasförmig oder von fest zu gasförmig, beziehungsweise umgekehrt, existieren unterschiedliche Bezeichnungen. Solche Aggregatzustandsänderungen werden auch als Phasenübergänge bezeichnet. Die Zustandsänderung von fest zu flüssig wird als schmelzen bezeichnet. Den umgekehrten Prozess nennt man erstarren, umgannssprachlich auch als gefrieren bezeichnet. Als verdampfen bezeichnet man den Phasenübergang von flüssig zu gasförmig, den umgekehrten Prozess als kondensieren. Schließlich existiert noch eine weitere Zustandsänderung, die direkt vom festen in den gasförmigen Zustand führt. Dieser Prozess wird Sublimation genannt. Den umgekehrten Vorgang vom gasförmigen direkt in den festen Zustand bezeichnet man als Resublimation. Sublimationsvorgänge kennt man zum Beispiel von sogenanntem Trockeneis. Trockeneis ist letztlich Kohlendioxid in gefrorenem Zustand, das bei etwa minus 78 Grad Celsius direkt vom festen in den gasförmigen Zustand übergeht, ohne sich zu verflüssigen. Die Tatsache, dass Kohlendioxid nicht schmilzt, ist ursächlich dafür, dass es Trockeneis genannt wird. Mit dem Teilchenmodell lassen sich die Aggregatzustandsänderungen wie Schmelzen oder Verdampfen anschaulich erläutern. Wird die Temperatur eines Feststoffes allmählich erhöht, so bewegen sich die zunächst stark aneinander gebundenen Teilchen immer heftiger. Sind die Schwingungen schließlich so heftig geworden, dass die Teilchen einen großen Abstand zueinander gewinnen, so lassen die intermolekularen Bindungskräfte in ihrer Stärke nach. Die Stoffteilchen sind nun nicht mehr an ihren festen Platz gebunden. Der feste Stoff beginnt schließlich flüssig zu werden, er schmilzt. Wird der nun flüssige Stoff weiter erwärmt, so werden die Bindungskräfte durch die stärker werdenden Teilchenbewegungen mehr und mehr gelockert. Ab einer bestimmten Grenze haben die intermolekularen Bindungskräfte schließlich so weit abgenommen, dass die Teilchen sich, fast, frei bewegen können. Die Bewegungsenergie der Teilchen ist größer als die Bindungsenergie, die die Teilchen normalerweise aneinander bindet. Die Teilchen können sich salopp formuliert von den Bindungskräften losreißen. Die Flüssigkeit ist nun gasförmig geworden. Die Aggregatzustandsänderungen kann man sich mithilfe von Magneten veranschaulicht vorstellen. Dabei stehen die Magnete für die Stoffteilchen. Und die zwischen ihnen wirkenden magnetischen Kräfte für die intermolekularen Bindungskräfte. Werden nun viele Magnete zusammengenommen, so bilden diese eine stabile Struktur, die der eines Festkörpers gleicht. Wird dieses Magnetgebilde nun stark in Schwingung versetzt, so wird man einige Magnete dabei beobachten können, wie sie sich aufgrund der Trägheit den magnetischen Anziehungskräften kurzzeitig wieder setzen und sich voneinander lösen können. Anschließend werden sie allerdings von den magnetischen Kräften wieder eingefangen. Die Magnete können sich bei starken Schwingungen also voneinander lösen und sind damit nicht mehr an einen bestimmten Platz gebunden. Das Magnetgebilde wird zwar durch die immer noch vorhandenen Anziehungskräfte weiterhin in sich bestehen bleiben, allerdings wird es allmählich seine Form verlieren, so wie dies ein Festkörper beim Schmelzen tun wird. Werden die Magnete schließlich noch heftiger bewegt, so können einzelne Magnete auch regelrecht davon fliegen. Gegen die hohe Fluchtgeschwindigkeit der Magnete können auch die magnetischen Kräfte schließlich nichts mehr ausrichten. Selbst wenn zwei oder mehr Magnete direkt aufeinander prallen, wird die Wucht so groß sein, dass diese sofort wieder auseinander fliegen. Das Magnetgebilde wird sich bei zu heftigen Schwingungen also allmählich auflösen, da die Anziehungskräfte den heftigen Schwingungen nicht mehr standhalten können. Dieser Vorgang käme dem Verdampfungsprozess einer Flüssigkeit gleich, deren Teilchen so stark in Schwingung versetzt werden, dass diese den intermolekularen Anziehungskräften entkommen können. Wir hoffen, dass Ihnen das Video gefallen hat und Sie es hilfreich fanden. Danke fürs Anschauen.